Hallo, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal ganz crazy mit Voice-Over. Ich fühle mich ein bisschen, als würde ich so einen Podcast aufnehmen. Ich sehe so, wie die Tonspur läuft. Ja, ich melde mich nach einem Monat Pause wieder mal bei euch. Ich habe den ganzen Januar ja auf Bali verbracht. Und ich wollte noch ein paar, wenigstens ein paar kleine Momente mit euch teilen. Ein paar Videoclips, die ich mit aufgenommen habe. Es sind nicht so viele, aber I hope you enjoy. Und ich quatsche einfach jetzt ein bisschen über meine Zeit, weil es war wirklich die schönste Zeit, die ich seit langem erleben durfte. Es war wirklich einfach ein Traum. Es war so crazy. Bali war so die erste Reise meines Lebens, bei der ich so weit von zu Hause weg war. Also so weit von Deutschland entfernt. Wir sind einfach in 24 Stunden einmal ans komplett andere Ende der Welt gereist. Und ich habe dort einen Monat lang ein ganz anderes Leben gelebt. Und eins, von dem ich wirklich schon jahrelang irgendwie geträumt habe, das einmal zu erleben. Ich habe in diesem Monat so viele tolle Menschen kennengelernt. So viele wunderschöne Orte entdeckt und so viel dazugelernt. Und so eine ganz andere Kultur kennenlernen dürfen, in der ich mich so wohl gefühlt habe. Das war echt crazy. Ich habe auf Bali ganz viel gejournalt, was ihr vielleicht auch mitbekommen habt teilweise. Und ich habe festgestellt, was ich ändern will und was ich ändern muss, um so mein Glück zu finden. Und ich habe aus dieser Reise ganz viel gezogen. Weil die letzten Monate in Berlin waren für mich ein bisschen erdrückend und nur voller Arbeit. Ich hatte meinen Kopf irgendwie, ich hatte 24 Stunden, 1000 Gedanken in meinem Kopf. Und ich habe mir irgendwie keine freie und produktive Minute genommen. und mein Privatleben so ein bisschen vergessen und links liegen lassen. Und auf Bali die Zeit war so magisch. Und es hat sich so auf einen Schlag direkt geändert, dass ich mich so frei gefühlt habe. Und so, ja ich weiß nicht, ich meine, ich bin aufgewacht irgendwie ohne einen Plan für einen Tag. Und wir waren so, ja lass mal Coworken gehen oder lass mal in das Café gehen. Und ich habe das alles auf mich zukommen lassen und das hatte ich in Berlin so lange nicht mehr. Und das war wunderschön, so den Tag einfach bestimmen zu lassen, was auf mich zukommen soll. Ich weiß nicht, das hört sich ganz weird an, wenn ich das erzähle, aber... Es hat einfach unendlich gut getan. Jetzt zurück in Berlin ist mir auch aufgefallen so, Berlin ist einfach nicht mein persönliches Endlevel of Happiness. Ich habe dort so viele tolle Menschen kennengelernt und so viele neue Orte entdeckt, die mich so dolle inspiriert haben und in der ich mich so wohl gefühlt habe und so frei, dass mir aufgefallen ist, vielleicht ist Berlin nicht mein Happy Place. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr reisen und ein bisschen mehr noch die Welt für mich entdecken. Weil, ich glaube in Berlin, ich fühle mich dort nur so wohl, weil ich so viele tolle Menschen hier um mich habe. Und, ja, deswegen... Ich bin in Bali in den Flieger eingestiegen, in den ersten Flieger zurück nach Deutschland. Und... Mein Herz war so ein bisschen gebrochen, weil die Zeit dort... Ich werde es nie vergessen. Ich... Ach, ich bin so dankbar, das erlebt zu haben. Das hat mir so viel gegeben. Und ich werde so viel mitnehmen. Und ich habe so dolle Heimweh nach Bali, nach einem Ort, der eigentlich gar nicht mehr zu Hause ist. Einfach, weil es wirklich ein magischer Place dort war, auch... Ja, ich noch nicht genug gesehen habe davon. Ich muss definitiv nochmal zurück, weil... Indonesien hat so viele wunderschöne andere Inseln noch zu bieten, die ich alle noch nicht gesehen habe. Und deswegen... Maybe... Maybe I have to go back in the future. Maybe soon. Keine Ahnung, mal schauen. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch... mit diesem kleinen Video... ein bisschen teilhaben lassen... an meiner Reise. Und... Ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Auch mal... ein bisschen länger... außerhalb von Deutschland unterwegs zu sein, wenn ihr die Möglichkeit habt. Weil... es... erweitert so ein bisschen das Gedankenfeld. Ja. Und ich wünsche euch auch einen ganz wundervollen Tag noch. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020